Spürt ihr auch diese Spannung, die sich gerade aufbaut? Ja, ja. Ich denke, dass ich ein Hingucker bin für die Männer. Hallo! Willkommen in Paris. Sie ist so eine richtige Bombe, die fegt uns alle weg. Hallo! Wenn jemand Neues reinkommt, das kann für alle gefährdet werden. Jetzt wird Klartext geredet. Beim Thema der Wahrheit. Bei Corinna und Gustav ist es eher so das Friendzone. Wir kommen schon ein bisschen zu nah. Ist es nicht okay? Im Paradies kann alles passieren. Wie findest du Gustavs Aussehen? Ihr habt euch ein heißes Einzeldate mit Judith gewünscht. Das ist so ein bisschen ein Roundhouse-Kick in mein Gesicht. Es wird auf jeden Fall romantisch als heute. Jetzt wird es halt einfach ein bisschen intensiver. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt mal Judith sauber zu schrubben. Ich könnte mich in David verlieben. Samira, hattest du schon mal was mit Maurice auf einer Party? Was? Maurice lässt, glaube ich, auch nichts anbrennen. Warum immer diese krassen Spielchen? Ja, spielt sie jetzt mit oder nicht? Weiß ich nicht. Die auswirkt meinen Kopf komplett weg, Alter. Sie ist sich nie sicher bezüglich meiner Person. Gustav tut mir in dem Moment leid. Wer ist der nächste, der für Arschling? Sie spielt mit dir. Sie wird dich abstellieren. Ich weiß, dass er über mich redet. Ich finde dich scheiße. Fick dich. Das ist mir echt zu viel, wenn ein Mensch so ekelhaft ist. Gäste. Gäste. Ich hoffe, dass du jetzt hierherst. Mögen beschädigen Sie einfach und die Leute.